Herzlich Willkommen zu Rise of the Tomb Raider und zwar zum ersten Level und hier geht es auch schon gleich los und zwar durch die wunderschönen Voralten von Litauen anscheinend und da gehen wir jetzt einfach mal unserem neuen Freund hinterher da kann man jetzt nicht viel falsch machen man sollte halt natürlich auf dem Weg bleiben der eigentlich deutlich zu sehen ist genau gutes Gefühl einfach immer geradeaus immer der Straße noch immer schön hinterher und jetzt festhalten also X am Gamepad oder Handlungstaste E am PC überspringen festhalten immer schön festhalten rüberspringen raufspringen raufspringen und weiter und jetzt muss man hier an diesen Eiswänden hinaufspringen und einhaken also raufspringen und festhalten beziehungsweise X drücken am Gamepad oder Handlungstaste am PC hier jetzt um die Ecke klettern ist klar man sieht's ja da muss man jetzt rüberspringen und festhalten und raufklettern und jetzt rüberspringen zu unserem Kumpel Kumpel gut jetzt einfach weitergehen und hier muss man jetzt springen drücken und hier muss man jetzt springen drücken nochmal springen wie gesagt der Weg ist klar und man sollte aber trotzdem hier zügig und schnell hinterher watscheln weil sonst kommt da irgendwo eine Lawine runter oder irgendeine Scherze also immer zügig weitergehen wieder raus ist klar das ist zwar hier eine schöne Aussicht aber trotzdem lieber schön weiter sehr schöne Aussicht so da haben wir jetzt die schöne Lara sehr schön der hier weniger und jetzt einfach weitergehen und da sehen wir schon die nächste Eiswand da müssen wir hinspringen und natürlich gleich einhaken also sprung fängen und einhaken und rauf so jetzt die typische Bergsteiger Idylle Louis Trenker und so weiter Reinhold Messner oder wie der heißt jetzt rauf springen und rüber springen da jetzt wieder rauf der Weg ist völlig klar also man kann da jetzt wirklich kaum was falsch machen also wie gesagt wenn man jetzt hier stehen bleibt so jetzt muss man da runter springen und natürlich einhaken der Weg ist wie immer klar also man sieht es ja deutlich hier jetzt rauf ja sehr schön hier muss man jetzt nochmal rauf springen einhaken natürlich weiter geht es weiter Ui und da haben wir Schloss Neuschwanstein wenn ich das richtig sehe ist ja bekannt da ist Ruck und Fernsehen Neuschwanstein dürfte bekannt sein hoppla jetzt kommt die einzige schwierige Stelle in dem ganzen Spiel also in dem ganzen Level meine ich ich hab dich Lara kannst du mich hören ja wir können dich hören gut und hier muss man jetzt nämlich vor und zurück schwingen da drüben jetzt gleich jetzt also nach vor vorwärts drücken jetzt wieder zurück drücken jetzt wieder vorwärts schwingen man muss sich da vorne einhaken jetzt rückwärts drücken wieder vor und jetzt mal einhaken versuchen geht noch nicht jetzt nochmal rückwärts schwingen vorschwingen geht noch nicht nochmal kräftig schwingen einhaken einhaken immer noch nicht das ist wie gesagt die einzig schwierige Stelle ja fast wenn man das jetzt nicht schnell genug macht dann geht's abwärts schwingen nochmal kräftig vordrücken einhaken ui und jetzt sollte es geklappt haben aber Achtung da kommt was wahrscheinlich oder auch nicht ah doch hier haben wir die wunderschönen Schneemassen im Anflug da laufen wir jetzt einfach weiter und Achtung da muss man jetzt springen wenn da so ein Abgrund kommt springen festhalten immer mal festhalten drücken springen einfach weiter der Weg ist eigentlich gut zu sehen wir sehen da auch schon so eine Stange da müssen wir hin also hinspringen und gleich weiter springen gleich nochmal springen und ja festhalten festhalten einhaken einhaken und jetzt schnell rüber weil sonst kommt die Soße runter hier schnell rüber springen einhaken und ja dann geht es einfach relativ weiter ja Moment da müssen wir natürlich noch ein paar mal springen wenn da so ein Abgrund ist natürlich springen genau hier springen springen und da sehen wir schon was zum einhaken der hier genau und jetzt kommt das sieht aus wie eine Bildstörung oder irgend sowas Moment jetzt kann ich jetzt hier haben wir das hier ist kein Fehler hier sondern das soll so ausschauen also kein Ausfall des PCs oder sonstigen Geräts kurze Besinnung aha zwei Wochen zuvor war sie in England wahrscheinlich keine Ahnung wieder kurzer Ausfall und jetzt sind wir auch schon im zweiten Level wo es komischerweise gleich etwas wärmer ist aber naja gut hier da sehen wir die Hauptstadt von Usbekistan mit dem schönen Namen fällt mir jetzt gar nicht mehr ein auf alle Fälle gleich mal wärmer und erstes Level geschafft nochmal alles anschauen hier sehr schön gut Ende Moment darüber gab es doch etwas in Dads Aufzeichnung es heißt das Grab des Propheten liegt versteckt in den Klippen über einer der vergessenen Städte die Legende besagt dass der Prophet in einer Oase zur Ruhe gebettet wurde ein drückend glädur